Wie bitte Level den Mario Boss 2 schaffe ich ohne Schaden zu nehmen? Oh mein Gott, das war schon nett. Das war knapp als erhofft und das im ersten Level. Oh, wenn mich jetzt der letzte Gegner da berührt hätte, wäre er ausgeflippt quasi. Hier im Untergrund können schnell dumme Fehler passieren, da muss man aufpassen. Checkpoint. Oh, das hätte gerade eng werden können. Der hat der Fahrradkette aber auch, ne? Okay, hier wird's spannend. Mal gucken, ob ich's bis zum Boss schaffe, was schon irgendwie mein Ziel ist. Oh, 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 boah, da wäre ich fast der Cratch Wall, hätte ich da nicht aufgepasst. Okay, ich bin beim Boss. Immer noch mit dem Item aus dem ersten Level. Hallo, kann ich... Ja, ich zöger ein bisschen, damit möchte ich drauf treffen. Aber kein Stress. Nein! Und der Monty bändet im vierten Level meine Streak. Wow.